Im Leben dreht sich vieles um die innere Balance. Ist sie erst einmal aus dem Gleichgewicht, hilft oft nicht einmal mehr die Schulmedizin. Dort, wo die Medizin aufhört, fängt das Geschäft mit der Gesundheit erst an. Der Markt bietet eine Fülle an Geräten, Tinkturen und Wundermittel. Was in der Werbung versprochen wird, muss man erst selbst erfahren. Auf der Gesundheitsmesse in der Mehrzweckhalle St. Peter Freienstein konnte man sich selbst darüber ein Bild machen und war zudem fachlich und qualitativ gut beraten. Und zwar arbeite ich schon 15 Jahre mit einem Quantenphysikalischen Institut. Das wurde entwickelt für die NASA in Amerika. Und dieses System testet in drei Minuten 9000 Frequenzen im Körper ab. Das heißt, ich schicke 9000 Daten in den Körper hinein. Der Körper wird dreidimensional ausgetestet, ob das da ist, was ich schicke oder nicht. Und 9000 solcher Daten schicke ich in den Körper hinein, um die Grundfrequenzen einmal zu testen und zu messen. Dann testet dieses Systemchen noch aus, sind Nährstoffe da, um überhaupt leben zu können. Weil wir brauchen gutes Essen, gute Lebensmittel, dass die 70 Billionen Zellen, aus denen wir bestehen, arbeiten können. Und das kann man natürlich auch ganz genau anschauen, ist es da oder ist es nicht da. Und wenn der Körper verhungert, dann ist es nicht so gut. Wenn ich Auto nicht tanke, dann fährt es nicht. Das Auto tanken wir, da gehen wir zum Service, damit es in Ordnung ist. Das kostet viel Geld, aber wir sind wichtig für uns selber und ohne uns gibt es uns nicht. Und deswegen ist es gescheit, dass wir auf unsere Gesundheit vorher schauen, dass wir krank werden und dann erst daran arbeiten anfangen müssen. Aber ich habe sehr viele kranke Leute, die zu mir kommen, zur Schulmedizin und dazu eine tolle Ergänzung. Um sich auch für die Zukunft abzusichern, gibt es Vorsorgen. Auch für rechtliche Fragen war notarieller Beistand vor Ort. Ein Notar informiert auf einer Gesundheitsmesse über Vorsorgemaßnahmen. Vorsorgemaßnahmen im Bereich Gesundheit in Verbindung mit rechtlichen Maßnahmen, wie eben zum Beispiel Vorsorgetreffen für den Fall, wenn jemand nicht mehr geschäftsfähig ist, dass entsprechende Handlungen für die betroffene Person gesetzt werden können, bedarf es gewisser rechtlicher Vorkehrungen. Patientenverfügungen kann ich nur errichten, solange ich noch geschäftsfähig bin. Das heißt, ich kann Vorsorge treffen für den Fall, dass ich nicht mehr geschäftsfähig bin, dass gewisse Maßnahmen nicht gesetzt werden. Es gibt zwei verschiedene Formen von Patientenverfügungen. Da gibt es die verbindliche und die beachtliche. Der Unterschied ist, dass bei der verbindlichen der Arzt sich daran halten muss und sie nur fünf Jahre Geltung hat. Das heißt, die muss immer wieder erneuert werden. Und hierzu muss ich aber natürlich geschäftsfähig noch sein. Wenn ich nicht mehr geschäftsfähig bin, kann ich diese leider nicht mehr errichten. Zwei Tage lang konnte man sich mit Experten aus ihrer Branche unterhalten und vieles auch ausprobieren. Bürgermeisterin Anita Weinkogl zeigt sich, wie wird diese Gesundheitsmesse begeistert. Naja, es ist eigentlich die Idee geboren worden. Wir haben gesagt, das wichtigste Gut des Menschen ist ja eigentlich die Gesundheit und man kann im Vorfeld ja schon sehr viel dazu beitragen. Und durch das haben wir gesagt, probieren wir einmal eine Gesundheitsmesse zu organisieren. Und wie gesagt, es ist uns gut gelungen. Wie viele Aussteller sind heute da vorhanden? Ja, wir haben um die 20 Aussteller und wie gesagt, ziemlich kunterbunt gemischt. Also wir haben eine große Palette an Informationsständen anzubieten. Wie unterstützen Sie Ihre Gesundheit? Ja, meine Gesundheit. Ich bin eigentlich ein Mensch, der ständig auf einem gewissen Label ist, also stressbedingt eigentlich. Und ich glaube, man kann da im Vorfeld auch schon sehr, sehr viel tun. Ich bemühe mich heute, dass ich gesund bleibe. Selbstgebackenes oder selbst gemixtes, von allem war etwas dabei, auch für den liebsten Freund des Menschen. Ein Allheilmittel für unseren täglichen Bewegchen gibt es aber auch auf der Gesundheitsmesse nicht. Dazu gehört nicht nur der eigene oder der andere Ratschlag, sondern viel an eigenem Willen. Denn die Gesundheit sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ist sie einmal nicht mehr da, wird man sie bitterlich vermissen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020